Liebe Fosnachtfreunde, ich frage euch, sollt ihr mir heute am 29. Jänner in die Oslo Fosnacht gehen? Ja! Ich würde sagen, dass wir mal ein einheitliches Ja. Jetzt müssen wir schauen, Herr Bürgermeister, ihr habt das angenommen, darfst du in die Fosnacht gehen, Ja oder Nein? Nein. Wenn wir den Jungenbauer versprechen, dann ist er ganz so mitgefahren mit dem Wagen. Und die labern, ich will Alkohol trinken Fosnacht. Dann danke natürlich für eine Ja, sage ich, ich wünsche euch alle eine schöne Fosnacht. Ja, lieber Josef, ein Dankeschön und das Bürgermeisteramt ist jetzt für dich erledigt. Das übernimmt jetzt die Fosnacht, das heißt da oben und das war ich. Ausgriff. Jetzt bitt mir das Ding jetzt noch und zweimal die Runde. Zum Auftakt. Schaut euch, wie wir jetzt sofort kommen. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018